Hallo Leute, ihr wollt mit mir skypen? Edit mich auf bladix.offen Edit mich einfach, ihr gebt einfach ein Oh shit Wenn ihr mehr Informationen von mir wissen wollt, folgt mir auf Instagram Auf der Nummer 10 schafft es Kürbis Crafter LP Ja, also seine Videos sind sehr unterhaltsam und sind auch sehr gut Hallo zur nächsten Folge, ich weiß gar nicht wievielte Folge das jetzt ist Etwa die fünfte? Ich glaub das ist jetzt die fünfte Okay, das Eisen ist schon ein bisschen wieder geschmolzen Ihr wollt meinem Hund was antun? Dann kommt her! Mit drei Skeletten nehmen wir sie auf! Auf Nummer 9 schafft es ein Typ namens One More Time, der mit seinem Handy aufnimmt Das ist Dengel gebaut! Alles okay Das geht doch nicht! Ihr da, nimm das Gold und dann! Ich versuche jetzt das dritte mal aufzunehmen Tanz! Tanz! Los! Tanz! Tanz! Warte, ich dropp mein Schwert, hier! Ich hab ein Schwert gedroppt hinter dir! Ich hab ein Schwert gedroppt hinter dir! Auf Nummer 8 Platz sehe ich DragonWolfer D Seine Videos sind einigermaßen gut, aber er schafft es in das Ranking, weil er mit sehr... viel FPS aufnimmt! Hallo und herzlich willkommen! Hier ist euer DragonWolfer D Was ist... Du ist... ... ... ... Auf Nummer 7 schafft es BabuTV. Auf jeden Fall macht der Minecraft Pocket Edition Let's Plays und das ist ihm nicht so gut gelungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival. Ich starte heute mein Projekt. Schauen wie es wird. Okay? Okay. Okay? Okay. Auf Nummer 6 platziere ich Geilkind und bei seinen Videos kann man wirklich alles er... Alter Scheiße, wieder mein Handy. Jonas... Jonas Horn hat kommentiert, du bist cool. Ich bin der coole Junge? Auf jeden Fall kann man bei diesem YouTuber wirklich das ganze Gameplay sehr gut erkennen. Willkommen zu unserem ersten Part von... Was rede ich eigentlich? Vom Battlefield 3 PS3. Wir haben leider schon ein bisschen angefangen und unsere erste Aufnahme hat abgespackt. Wir hatten jetzt keine Lust. Noch... Halt dein Maul! Und noch ein Aufnahme! Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft! Einfach was jetzt totales Adi-Oziales ein bisschen ist... Ah, hallo. Hey. Das ist mir. Alter. Und ihr seines. So. So. Wie kann ich das euch, glaube ich, nehmen? Ist ja gleich ein Domino. Hier ist eine Craftingbox, aber die brauchen wir. Legt alle! Auf Nummer 4 schafft es Obsidian Craft. Und es handelt sich dabei um einen Jungen, der Minecraft Pocket Edition Let's Playt. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Herzlich Willkommen beim... Sieht Minecraft Zero. 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 Ich werde gerufen. Wartet. Hallo Leute, ich bin wieder da. Halt dein Maul. Hi. Hi. Heute mache ich wieder ein Let's Play. Und heute mache ich bei meinem Eintrack und Sasa 111005. Okay. Auf Platz 2 schafft es YOLO LP und er stellt euch jetzt mal seinen Arbeitsplatz vor. Fuck. Ja, ich baue... Ich bereite gerade ein Projekt für Minecraft... Äh, ja, für... Minecraft War. Hier ist das genau. Ähm... Ich bin jetzt vorbereitet und... Kommt. Nee, ich bin vorbereitet und... Halt dein Maul. Und auf Platz 1 schafft es ein Kind, das in seinem Zimmer tanzt. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ihm später... Sehr peinlich werden wird. Und... Ja, es ist so lächerlich, dass ich einfach beschlossen habe, diesen Namen, ähm, nicht einzublenden mit Bedacht. Weil... Es wird so eine Hatewelle kommen und es wird ihm wirklich sehr peinlich werden. Und deswegen habe ich es dieses Mal gelassen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Auf jeden Fall waren das die Top 10 schlechten YouTuber von heute Und ich hab noch was vergessen Hallo Leute